Was hast du gesagt? Ich kann einfach dich auslashen, aber du hast noch etwas gesagt. Haben wir überhaupt Level 20? Ja, 26 oder so. Das ist uninteressant. Pass auf, jetzt gleich nimmt er einfach den Fuse mit dem LMG und sprayt einfach in uns rein. Ich muss zwei Runden Tashanka spielen wegen der Questigir und Bissen. Ich mach das alleine. Was ist denn das? Bombe? Bombe. Nee, verteidigung. Ich sollte mal wieder ein bisschen mehr Blitz spielen. Der Typ ist schon geil. Ein Schilder, der Typ ist over. Wobei man bei Blitz kann man ja auf die Füße schießen, auch wenn er den Schild... Also auch von vorne durch ein Schild durch auf die Füße, wobei du es beim Montagne nicht kannst, wenn er steht und ausgefahren ist. Da kommt ein Schilder. Oh verdammt. Oh verdammt. Ach du Scheiße. Bist du ein Lass. Oh, sind der Schmerzen. stood ordin? Puhh! Geh nach ganz oben. Haben wir keine Drohnen? Da sind die Drohnen. Woah, ich hab ne Idee! Sie wird niemals klappen, aber ich hab 얘 Idee. Das ist besser als Dancing Two. Ich hab vier. Niko, wir müssen mal hinten hier gerade die Garage re05sen. meine drei äh hier sind noch einiges an den resten heiß drauf hier bleib ich mit der shotgun garage rein oder was kann ich nichts machen alter haben wir im westen ja auch Achtung ich komme rein hier ist hier keiner auf dem Bombspot ja lass mich hier alleine ich bin unten auf dem Spot Arnie OHHHHH KW sonst ist keiner hier die laufen draußen vor meiner Tür rum an der großen Treppe also an der Treppe die von ganz oben bis nach ganz unten durch geht da draußen an der Tür denke ich oder so nein bei mir bei Bombe B oben oben ja oben B ist einer oben ist eine Bombe da ist sie ja rechts rechts sind die Fenster äh links sind die Fenster offen sorry lass sie kommen genau lass sie kommen bleib auf der Position da ist recht chill 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 Diffuser bei mir down dann verschiebt nach oben jungs was okay der ist nach rechts gelaufen wir werden den Infuser jetzt gleich planten wir werden den Infuser jetzt gleich planten wer ist denn geht defensiv oder ne was machst du für die Granaten werfen ist immer gut wenn man unter Beschuss ist hab ich gehört welche Granate ja du hast ein Schild achso stimmt ja das ist ein Schild und keine Granate aha stimmt ja ich hab's grad verlegt ja Sagi Alter Sagi ey das ist unglaublich verdammter Superheld alter ehrlich ich glaub ich stream auch ich glaub ich krieg richtig viele Einstagswurse ach du scheiße oh der ist ja dumm den guck ich zu klar das funktioniert aber nicht mit dir ey das ist wie Saranza das funktioniert 100% ich äh ich kann auch nochmal Nadine abspielen ich glaub die kommt Sagi ziemlich bekannt vor ja Nadine the brain alter ein Erdgeschoss da so aus oh ich komm da nicht rein oder was Anton die ersten Killer ist nichts Erdgeschoss ist aber auch hier ja oben 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 wo dein Kinderzimmer und ja dein Kinderzimmer und ja dein Kinderzimmer und dieser kann ich nicht machen nicht machen ja wir haben meiner Kameras bitte nichts markieren wow wir gehen ins Kinderzimmer da ist ne Drohne drin ja wir haben Views ne ja passt du auf dass die nicht rauskommen dann kann ich rein snipen ja der wartet ich mach mir sicher selbst auf oh der ist Achtung der hat den Fenster offen in der Zimmer ist offen hart hit mhm er hat geschrien wie jaa ihr wisst nicht die Kerl sind aber davon doch kein vorrückig es rupt oder wo noch er ist der verstärkte Wind ne ein Fenster ein Fenster alter alter warte mal so einer drinnen kommt zum Fenster komm zum Fenster komm zum Fenster komm zum Fenster oh mit ja ne ich bin zu drinnen ja ja wie könnt ihr mich umhittet ich habe mich umhittet oh fuck ja fuck fuck my life die haben ne die sind alle auf dem Flur ja ist klar ich hab das scheiße gebaut wie ich da rein zwei direkt am Fenster bei Simon einer jetzt an dem kaputten Fenster hau die Klapp da rein einer im Kinderschlafzimmer draußen keiner drinnen gerade kommt wieder einer vor der Tür geht doch Saki retzten oder nicht Saki retzten drei vor einer im Kinderschlafzimmer hinter der Bombe hast du gesehen ja der Bombe ich verflut dich warum gehst du nicht Saki retzten wo seid ihr da ich lieg hier auf unten zwei im Kinderzimmer einer im Kinderzimmer ah ich hätt Thatcher spielen sollen wir brauchten dann Thatcher die hatten so viele Trophy Systems ich weiß gar nicht ob man die mit Thatcher kaputt befickt du wirst beschossen ja das geht nicht wenn er in der Animation ist dann äh hey doch dann kannst du aufhören F zu drücken also ich kann das ja aber ja 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 warum liegt nutzlos verletzte auf dem Boden hier drauf mal hab ich n' aber im Prinzip haben wir jetzt beide Runden wegen dir verloren Saki ne also ich glaube Sam Phoenix alleine ne das war meine Fail ne das gerade ich glaube hör mal ich glaube Simon Phoenix hat das jetzt allein noch gerissen dann wäre Saki da nicht so bescheuert gestorben ja Renforce sind hier vorne jedes Mal es gibt auch gar keine Bogen ja hier hinten nice ja wir haben Wohnzimmer reinforced und Ende das genommen Klasse Klasse Saki was denn des Besten was denn ja des Besten ich hab doch nix an dem Blenden Mensch was jetzt noch sagen drück ja probier's nochmal warte jetzt ja oh und ich baue ne Verstärkung die sind schon oben auf dem Balkon drauf ne ja ach die alter nicht nein alle fünf markiert aus letzte Drohne kaputt die hat sich eine eingefangen die bitch kommt die da rein Diffuser im äh Master Batroom down nicht nicht da durchschießen Simon ich bin direkt vor dir ne ja ich weiß das jetzt ich will bloß bei der Sicht machen Master Batroom Master Batroom ist der Diffuser down ich hab da grad irgendein Mh Master Batroom Master Batroom hey ich bin hier da ist ich meine der Diffuser wäre down hier ist noch nix drin ja da ist Diffuser down Master Batroom du bist nicht im Master Batroom du bist im Badezimmer ich meine der hätte den Diffuser fallen gelassen der Diffuser der Diffuser der Diffuser Jo noch einer oh und ich lauf wie ein Spacko unten äh Kylie unten Treppe unten äh kannst du mich wiederbeleben Sagi wäre voll sweet danke danke war ich rein der kommt jetzt andere Treppe glaube ich auch oh und er gibt mir direkt einen Klick achtet nur auf die eine Treppe ob Treppe runter wie er mir einfach genau reinläuft ja jetzt noch zwei Runden gewinnen und dann haben wir es also Sagi hat ja wieder zwei Runden verloren ich hab aber auch schon will jemand Hatcher ja ne ok ach Sagi komm Sagi komm alt die Stauze zwei Runden verloren bist kacke 0 0 Tidiot du Tidiot du Sagi du kleine Ludde Tidiot grüße guck dir wieder mich als Teamspieler an ach du scheiße da kann ich doch gleich ausmachen was hast du wieder 1-1-2 und bin erster er hat negative KD das hat ich hab ich hab ich hab oh lol lol ja durch die ich die gespottet hab das war ich spring seitlich irgendwie die Treppe hoch und auf einmal sagt er mir ich hab die Komme gefunden ich hab nicht die Garage nicht nur abgeschossen oh lol er hat der Maid gehittet äh einer ist oben im Badezimmer der Maid der Maid dem Teamspieler Niko äh habt ihr gehört Jungs Badezimmer ist einer mhm Badezimmer zielt in Main rein Niko gehst du mit mir runter wohin hier hier mit Kylie West kommt jemand von euch mit mir im Badezimmer über überall Reinforced ja aufmachen aufmachen dann mach mal mittig mittig bitte kannst du nicht das Reinforced mach links auf das ist Reinforced das ist Reinforced Achtung nein kannst du nicht wo ist der wo ist der wo ist der Achtung ja gut mach der ist direkt dahinter ja jetzt läuft der hinter das Boot komm mach hinterm Boot einer hier er sagt ihr nicht genug das mal ne pass auf geht bitte gleich weg wenn ich mach jetzt auf gerade ist auf ja äh ich bin in der Riese einer verletzt ich bin nicht lauf Einer ist hinter dem Schild, einer verletzt, einer da oben. Oh ne, ich glaub, oh. Den oben hab ich, der oben im Badezimmer war. Einer ist noch hinter dem Schild in dem Raum, links. Wir gehen zur oberen Bombe, oder? Jolo. Ich geh mal ein Schild. Boah, da sind zwei in dem Raum, pass auf. Es hinten beim Auto noch einer. Ich weiß nicht mehr. Ich brauchst den eingehittet auf dem Fall. Da ist noch einer. Boah, der fällt dir noch vor meiner Nase. Hinterm Auto ist clear. Warte. Das muss ich mir jetzt angucken. Schön. Bombe safe. Ja gut, ich bin scheiße da rein. Bist du blinded? Gewesen? Ja, du bist echt blöd gefallen. Ja gut. Das konnte ich, nachdem du mich da einmal so, als ich die Barrikade aufgemacht habe, als du mich da so übern Haufen gebratzt hast, guck ich mir bei dir lieber nochmal sicherheitshalber aufgemacht habe. Ja, ja. Das ist alles. Nico, warst du dabei? Nee. Oh, schade, Mann. Aber ich glaube, alle Mann war dabei. Bei was? Was? Als mich Simon gestern, aber vorgestern, als wir unten in diesem Trainingsgebäude Bereich sich in unten verteidigt haben, ich die Tür aufgemacht habe und Simon... Ich mach... Ungef-ungefähr so wie unser Anti-Mate Leon, der immer die 1-80-Team-Kill-Clicks gibt. Oben. Be advised, drone has located a bomb. Geht nicht bis 4, ne? Es geht nur bis 3, oder? Ja. Ich glaube, hoffe, wünsche. Drone has located a bomb. Hallo. Was spotte ich? Oh. Oh. Ich wollte noch mit... Nicostrone nochmal was spotten. Du Jude, du sollst dich mit den Dingern spotten, wenn ich versuche zu verstecken. The defuser has been secured. The offensieren gespawnt, alter. Make your way to its location and defuse it. Park is still. Rigscope verkackt. Ähm, haben wir im Fuse? Ja, dann würde ich... Boah, warte mal. Da ist offen, ne? Da ist offen, da oben ist einer! Ja. Lol. Ruhig. Ja, ey Leute, der hat hier runtergeguckt. Oh, da? Genau da. Da hab ich... Der ist ja komplett offen. Ja, ich hab dem da einen One-Click durchgegeben. Glaubt man nicht, aber... Oh, Kraladen nach oben! Danke! Trophy! Hey. War gut! Sorry, boy. Ich werfe smoke rein. Trophy system, Trophy-ahan ist dran! Trofi system. Jungs, bitte chill nicht alle auf einem Poll! Schmeiß eine Kanade rein, die die noch cook! Ich wollte smoke eigentlich werfen um das Trophy system abzulenken. Trophy system abzulenken. Niko, ich bin dahinter. Warte mal, lass mir das Ding hier anhauen. Mach doch, ich bin auf dem Dach. Mach was du willst. Mach mal auf. Warte, warte, hinter dir geht auf. Hinter dir geht auf. Da kommt einer rein. Vor der Jurt. BAM, Endshot. Ey, mach mal die Kamera weg. Einer ist noch Master-Bedroom. Einer ist Master-Bedroom verletzt. Einer ist Master-Bedroom verletzt. Ey, wer entdeckt mich hier die ganze Zeit. Ja, ich sage fünfmal, mach mal die Kamera weg. Ich kanns von meiner Position nicht. Einer ist Master-Bedroom verletzt. Ich steh übrigens in der Tür. Wir können hier bei B rein, ne? Ja, geht auf B. Ich kann, äh, den Mittelgang, kann ich einsehen. Und save. Dagi, willst du die Schuhe? Warte. Schön. Und ich hab erst gedacht, ich hab den mit der Pistole aus der Hüfte getroffen. Erster Fehlschuss. Weiter Fehlschuss. Dritter. Da hab ich, äh, mit der Pistole aus der Hüfte mit nem Schild, nen Schuss abgegeben und seh nur Blutspritze und denk so, das kann nicht sein. Wir lagen wegen Sagi 0-2 hinten. Ja. Ja. Sorry. Du bist da los, ey. Lubi, bleib kurz ruhig. ULappen. Anti-Mate detected, sagst du. Noch n' Momentchen? Vielen Dank.